Ehebrecherin! 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 Rabbi! Diese Frau wurde auf frischer Tat ertappt, wie sie Ehe bruchte. Im Gesetz befiehlt Mose, eine solche Frau zu steinigen. Steinigt sie! Steinigt sie! Steinigt sie! Steinigt sie! Was sagst denn du dazu? Rabbi! Wir haben dazu die Aussage zweier Zeugen. Was machen wir also mit ihr? Wo ist der Mann? Dem Gesetz nach wird er ebenso verurteilt. Wer von euch noch niemals gesündigt hat, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer von euch noch niemals gesündigt hat, Wer von euch noch niemals gesündigt hat, bei euch noch niemals gesündigt hat. Sie haben dann die Mannschaft gemacht! Nun, Frau, wo sind Sie? Ist keiner mehr da, Dich zu richten? Keiner, Herr. Dann verurteile auch ich Dich nicht. Geh, aber sündige nun nicht mehr. Geh, aber sündige nun nicht mehr. Geh, aber sündige nun nicht mehr. Geh, aber sündige nun nicht mehr.